Nun noch was. Da kommt der Schuss. Das ist der Treffer. Jetzt ist der Ball dann doch drin. Ich würde sagen, der Keeper hat gehalten, was zu halten war. Trotz des Gegentreffers eine sehr gute Leistung bisher. Ach, das gibt es ja gar nicht. Ich dachte, der geht an die Latte.